Sooo, meine Freunde, jetzt geht ihr weiter hier mein Let's Play Silent Hill 1 und ja, ich bin immer noch in diesem Kackraum hier und wir sind hier gefangen und ja und ja und ja Das Licht, das die Finse nicht durchdringt Das Licht Das Licht für die Zukunft Das Licht Was ist das für ein Licht? Verstehe ich es nicht Kamera mit Blitz Nee Hätte ja mal sein können, dass es das Licht ist Vielleicht von... Das ist ja das Licht In meiner Taschenlampe ist auch ein Licht, aber wahrhaftig Das Licht für die Zukunft Oh, da ist ein Zeichen Ich zeichne mir das mal ab Okay, Moment, 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 Moment Was geht da so nicht So geht das nicht, meine Freunde So geht da nicht Also wohn mal So, zack Dann ist da was frei inzwischen Dann kommen so ein Dreieck, ne? Und dann kommt da so ein Pfeil hin na? Ja, ja Ha Einfach Weil einfach 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 ist's Die Musik, die geht mir ja überhaupt nicht auf den Senkel. Überhaupt nicht. Wenn ich das auf der anderen Seite auch machen, mal schauen. Ja, wahrhaftig. Was zum ist das denn? Das Licht, das die Finsternis durchdringt. Okay, das ist ein X. Ein, äh, komisches, äh, etwas. Und wieder ein Dreieck. Okay. Aber was brauche ich das? Mal überlegen. Huch. Obwohl, Moment. Könnte ich damit vielleicht, das ist ja auch so ähnlich. Dann muss ich das ja anordnen. Also praktisch so machen. Was steht da? Wie so ein Dreieck halt, ne? So. Huch. Und, äh, halt so, ne? Zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, und es bringt mir genau, äh, gar nichts. Scheiße. Was muss ich denn genau die drücken, die, äh, nicht gedrückt werden müssen? Ähm, wenn ihr versteht, was ich meine. Also. Das ist praktisch die. Und das wird dann der hier und der hier. Ne, auch irgendwie nicht so ganz. Äh, ich muss das, 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 das drücken, das drücken. Ach, ne, das ist der verkehrt. Idiot. Ich muss das ja da oben machen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. Ah, jetzt, das hab ich denn vorhin verkehrt gemacht. Nein, ehrlich gesagt. Hab ich verkehrt gemacht vorhin? Hallo? Ach, guck mal, was da liegt. Da liegt ein Vogelkeeper-Schlüssel. It's the bird. It's the bird. The bird. The bird. The bird. Okay, und dann müssen wir das gleiche nochmal hier machen. Hier kommt ein Kreuz in die heilige Maria, Mutter Gottes. Geheiligt. Geheiligt der Name. Und hier kommt nochmal, da, wo ich komme. Ja, stimmt, sogar. Zack. Tonikum kann man ja immer gebrauchen, sag ich mal. Und, was haben wir hier noch? Da liegt was auf dem Boden. 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 Oder auch doch nicht. Ach, da liegt mich doch am Arsch. War das nur für ein Tonikum? Habe ich ja gar nicht. Da liegt was auf dem Boden. Da liegt was auf dem Boden. Nein, doch nicht. Es war nur für das Tonikum. Zumindest haben wir jetzt schon mal den, den, den Vogelkäfig-Schlüssel. Das ist ja schon etwas. Der war im Ersten. Schau. Ha, ha, ha. Stranger. Fremder. Ha, ha, Stranger. Entschuldigen. Bei mir kommt es manchmal noch so durch, ne? Dieses, äh... Mit dem... Verkäufer. Und da muss ich manchmal aufpassen, ne? Dass ich mich nicht verheddere. So, ich hab den Schörofug. Und Schlüssel des Pfalik. Pfalik Mahalik. Sehr schönes Ding. Und wo war Pfalik nochmal? Geh, Pfadda. Ah, da war Pfadda. Pfalik, ey. Schwöre. Hä, was ist das? Was greifen hier an? Was ist das denn mit dem Kack? Hä, die haben ja nie angegriffen, die Schattenwesen. Voll der Scheiß, Alter. Hab bis abgedacht. Das Wort... Beton ist eingraviert. Okay. Ja, wenn Beton eingraviert ist, dann ist Beton eingraviert. Was soll ich das so sagen? Da liegt eine Kiste, die, äh, einfach nur da steht. Natürlich, in der Küche. Da ist ein riesengroßer Kühlschrank. Ein Glied fehlt in der Kette. Da ist ein, da ist ein Deutsch, das will ich schon mitnehmen. Ja, wieso denn nicht, ne? Hä? 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 ...und ich kann die so jetzt... ...und dann sind wir da angekommen... Hä? Geht aber gar nicht! Was ist denn jetzt passiert? Okay, wir sehen uns gleich wieder. So meine Freundin, dann bin ich wieder. Und... ja, ich muss ja nicht alles von neu machen. Ich mach hier aber ab und zu mal nochmal einen Speicherpunkt hier. Also, ich spiel hier auf dem Emulator und... Ja, dann mach ich ab und zu mal... ...spechern... ...ohne dass ihr das merkt. Von daher muss ich nicht ganz so viel machen. Okay, wollen wir das nochmal machen. Ein Glied in der Kette fehlt. Okay, dann wenn da ein Glied fehlt, dann muss man das Glied schließen... ...und reparieren. Haben wir denn nicht irgendwas? Gehen wir mal alles durch, was wir haben... ...hier. Ach, nein, natürlich nicht. Hä? Was bin ich denn jetzt? Aber den Vertragsraum verwendet. Ach so! Ah, natürlich! Ich wollte das eigentlich gar nicht... ...hier. Was ist das? Jetzt kann der denn nicht mehr raus. Intelligent! Na, schnell weg hier. Ich meine ja von... ...Paranoia hier. Okay. Okay, nichts brauchbares. Ja, ich hab's ja kapiert. Gut, 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 gut. Ja, da liegt doch was brauchbares, Harry. Jason Mason. Ja gut, da liegt denn der... Ach, das ist nur so ein Anschnallgurt hier. Falls mal einer aus dem Bett rollt. Und... Was liegt denn da? Geleebohnen Jellybeans, jetzt kommt der Blob und... Oh Gott, bist du dämlich, ey. Huch, da liegt ein Schlüssel. Des Beton... Juhu, den haben wir jetzt auch. Äh... Kann man denn so nur so in die Tüte aufgreifen? Wie so'n... Wie so'n Gestörten, ey. Okay, was ist hier? Nichts. Videokernis... Ah, ich kann ja auch jetzt das Video gucken, was ich noch... Letzter Binbüro schleppe. Wollen wir das mal gucken. Was ist das? Es hat immer noch ungewöhnlich hohes Fieber. Augen öffnen sich nicht. Habe einen Puls. Über ganz flache Atmen. Ihre Haut ist ganz verkohlt. Selbst nach einem Wechsel der Bandage würde ich den Blut und Alter sofort wieder herauszusieken. Warum? Was hält ihr das Kind am Leben? Ich halte es nicht länger aus. Ich hörte es keiner Menschen Sehende erzählen. Eher im Wort. Also, bitte. Höhe. Verkohltes Fleisch. Fleischgeruch. Lecker. Nein, ist es nicht. Ist wirklich. So. Ähm. Melchior. Balthasar. Achso. Arachnophobie. Die nächste Tür. Nichts Ungewöhnliches. Ein Zimmer sieht man normal aus und das andere ist wieder wie so ein Schlachthof. Sieht das aus. Gott, was ist denn hier los, ey? Kinderzeichnungen sind auf dem Boden. Ist das nicht Alessas Kleid? Sechs. Höchstens sieben. Es muss ein Kind dieses Alters sein. Es ist abgeschlossen. Du besitzt, du besitzt, du besitzt, du besitze sie um deinen Geist zu beschützen. So. Fünf Returner aus der Hülle dein Schicksal. Achso. Ah. Die Sachen habe ich doch hier. Moment. Moment. Da. Aha. Im Leben des Merkur verwendet. Im Leben des Salamons verwendet. Deutsch des Milchohr. Milchohr, Balthasar. Ah. Es fehlen noch zwei Stück. Gut. Wollen wir mal... Die anderen zwei finden noch. Können ja nicht so schwer sein. Oh. Speichern wir hier. Wenn ich die wieder verkacke. Scheiß rum. Scheiß raus. Schlecht. 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 Hier oben die hier. Der Stromgeneration. Wollen Sie in den Schalter drücken? Okay, aber das nicht mehr. Jetzt können wir uns auch den Schlüssel picken. Wenn ich noch wüsste, wo der war. Geil, ne? Ja, ich weiß. Ähm, der war nämlich... Oh, wo war der denn? Hm, ich weiß nicht. Hihi, hi, hi, hi. Oh Gott, wo war der? Ja, ähm, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das Problem ist, der Vorstuhl funktioniert ja nicht mehr. Aber da haben wir ja die Zugangstube gemacht. Ähm. Okay. Was ist denn für Gegner hier? Ist doch abnormal. Schatten. Das Schloss klemmt. Das war irgendwo hier, oder? Ja, ich glaub schon. War das hier? Ah, ja, da ist er doch, der Schlüssel. Ja, Wolski. Da hat er... Da hat er... Ach, alles cool. Aber ich glaub nicht, dass das... Ich glaub immer noch nicht, dass das dasselbe Krankenhaus ist. Das geht gar nicht. Wää. Krabscher. Okay, tot. Das geht... Also, meines Wissens nach... ...total unlogisch, das Spiel. Nein. Also, ja, also... Natürlich ist es das. So. Schließen wir die Kacktür hier auf. Und dann mach ich mal einen Jens Schnitt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski.